Es ist ja, wenn man nach Bali mit der Fähre fahren will, dann fährt man ja von dem Hafen hier ab. Dann ist es sehr günstig, nur 2 Euro kostet die Fahrt pro Person. So etwa 30.000 Rupiahs für 4 Stunden Fahrzeit. Also auf der Fähre. Ja, für 4 Stunden. Dann kann man aber schon Roller mitnehmen. Mit Roller zahlt man ja 50.000, so circa 3 Euro. Auto wie sowas dann schon vielleicht 60 oder 70 Euro. So eine Million, also über eine Million für die Fahrt nach Bali. So eine Million, ist es? Werkstatt oder Autowäsche, zu waschen vielleicht oder so Werkstatt, ja. Natürlich auch eine Möglichkeit, einfach hier ausheben und dann... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, ja. Das ist umgeleitet. Das ist die enge Straße. Ja, manchmal wird es dann schwierig, besonders wenn Regenzeit kommt, passiert dann, dass die großen Bäume umfallen. Das wollen wir schon ein bisschen verhindern. Nicht, dass bei starkem Regen eben mal sowas passiert. Ja, aber es sind ja viele Leute da, die schnell die Straße freimachen. Bei uns in Deutschland würde dann erstmal die Feuerwehr die Straße sperren und dann überlegen und dann würde irgendeiner kommen mit einer Kettensäge und würde anfangen. Das war die Boot. Menuju ke Gili Gede. Ja, wirklich. Ja. 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 Ja, okay. Ja, okay. Die sind oft hier unterwegs. Die sind schon die teurer Yacht, glaube ich hier, oder? Oh ja, die sehen nicht gerade günstig aus.